Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute zu viert Left 4 Dead 2. Dabei sind einmal der Gaming-Dude, der Mr. Kachen und Zyusa. Was geht? Und meine Wenigkeit. Hast du gekifft, Junge? Ja, irgendwie sowas. Hast du einen Hasch-Döner gegessen, oder was gerade? Oh, scheißegal, hauptsache ich einen Döner. Ja, stimmt. Ja, wir warten jetzt noch, bis das Spiel hier fertig geladen hat. Ja, das dauert ja manchmal seine Zeit. Aber ich habe schon voll geladen im Moment. BTF. Mir ist voll. Ja, bei mir auch. Leute, wird er mich verarschen, dass er auf mich wartet? Immer wieder dieser Zyusa, Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. So, okay, jetzt hier, los hier. Go, 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 go. Ja, ich habe einen Flow. Hey, der Heli, der soll uns mitnehmen. Wir werden hier eiskalt im Stich gelassen. Ja, eklig. Der ist hier in rosa? Nein. Oh, dann geht es los, wa? Alter, das ist nicht ihr ernst hier, oder? Was denn? Eine scheißverfickte Meldung schon wieder hier. Ihr könnt hier jeder zwei Pistolen nehmen, für die, die es nicht wissen. Genau. Ja, hat sie in da. Ah. Oh. Ja. Oh. Oh. Kann man hier eigentlich auch die Pistolen und eine Nahkampfwaffe noch zusätzlich nehmen? Nee. Ich glaube, das funktioniert nicht. Alter. Ich will nicht entscheiden. Siehst du mich hier rumlecken? Kann das sein? Warte, mach mal. Ach, nee, das bist ja nicht du. Ach, du bist da unten? Okay, komm. Nee, bei mir läufst du schön ordentlich. Vorsichtig, dich in den Schuss nicht gelaufen hier. Oh, scheiß. So, ich schau euch zu, sehn ihr hier die Zombies verkrotzt. Mach das einfach. Ja, genau. Sehr elegant. Kommt, Sauhaufen, jetzt macht mal hier. Oh, da war ein Ruckel. Na ja, geil. Da leckt sich ein Zombie um die Ecke. Also bei mir läuft es komplett flüssig die ganze Zeit. Das ist schön. Ja, das ist, 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 das, das ist, das ist. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe gerade auch Verbündete geschossen. Hallo, warum tust du das? Ähm, ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Spannung, Action und Spaß. Genau. Oh, oh, oh. Ein Jockey sitzt auf die Sims. Was machen die auf dir? Oh Gott, ich bin nicht runterfallen. Ein kleiner Gebad hier. So, ich glaube, ich habe dich gar gerettet. Ja, vielen Dank. Oh, hier ist ein Baseball-Schläger. Oh, scheiße, hier habe ich einen Splitter am Arsch. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ein paar sehr viele. Nee, du, tut mir leid. Halt, halt nachladen. Schon wieder bei euch, bei euch, bei uns. Ja, ich habe dich gerettet. Ich bin nicht bei mir, so kotzen. Da, häse. So, hier sind Waffen. Adrenalin spritzen. Wisst ihr, wofür diese Adrenalin-Dinger sind? Damit wirst du kurzzeitig schneller, glaube ich. Richtig, genau. Ich glaube auch, irgendwie so. Ja, gut. Ihr seid gut informiert. Ich habe es nämlich eben getestet. Ach so, ich habe. Ja, immer rin spritzen. Sehst du gerade wirklich nur rum? Ja, ich habe eigentlich da hinten was abgeknallt. Alter. Ach so, okay. Das läuft ja. Ich glaube, wir sollten mit ein bisschen mehr System spielen. Ja, ohne Lacks am besten. Das wäre auch super. Ja. Aber wo geht es lang? Weiß das nicht? Also, ich mache einen Vorschlag, ich stehe hier runter. Oh Gott. Warte, weil ich halte hier. Was ist denn das hier? Musst du doch nicht gleich springen, nur weil es laggt. Ach, ein Defibrillator ist das. Ja, die Breite halten für mich. Heftig. So, ich habe heute gehört. Alter Kotze. Oh mein Gott. Ich schlage die Tür ein. Ui, 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 ui. Das ist tot, ne? Hier liegt noch ein Medikit in unserem Zimmer. Medikit? Ein Medikit? Ah, das ist ein Medikit. Oh. Medikit. Mh. Medikit. Medikit. Warte mal, gibt es hier gute Waffen? Weiß ich nicht. Ich habe bisher nur eine Axt gefunden. Aber ein Telefonbuch. Na gut, nimm mal die mit. Ein Telefonbuch? Ja. Wie willst du anrufen? Hallo, Döner-Mann. Ich hätte es den Zombies über den Schädel gezogen. Oh, da kommen ein paar. Oh. Oh, ey. Oh. Einfach mal voll in die Menge. Ey, warte mal, von hinten kommt es auch noch. Einfach mal von hinten. Ja, jetzt zwei hier nach vorne und zwei nach hinten. Oh, okay. Vorne ist nix, vorne ist tote Hose. Aber hinten geht es ab. Von hinten. Alter, kommen sie alle durchs Hintertürchen hier. Ja, verdammte Schweine. Irgendwie ist der Sims leiser geworden, kann das sein? Bin ich das? Was hier? Ja, wirklich. Autsch. Ich habe hier... Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Passt schon. Alter, der rennt aber... Oh Gott, auch noch ein Charger. Der rennt in Feuer rinnen, Alter. Oh, warte, warte. Ich helfe mal ein bisschen hier. Oh, Alter, ihr schubst mich gleich hier runter. Geht das überhaupt? Jeder so wie er hier. Ich glaube schon. Ja, ein User mit dem Fahrzeug verarzt. Nee, der kriegt mein Zeugs nicht. Der will ja nicht geheilt werden. Ich hätte auch noch ein Medikit. Nee, nee, war schon. Nee, behalte den Scheiß mal für euch. Ich brauche das nicht. Ich hätte auch ein Schmerzmittel. Ach, scheiße, jetzt nehme ich hier irgendwelche Drogen, ey. Schönen Dank. Der hat das schon im Döner gehabt, die Drogen. Ja, ja, das habe ich nicht gehört. Jo. Ist das jetzt der gleiche, weil der Server der gleiche Server wie wir vorhin hatten oder ist das ein paar andere? Ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder die Scheißprobleme von... Aber warum habe ich die denn nur? Das kotzt mich so mal an. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir wohl nicht sagen. Gibt es dir irgendwas cooles? Der Kache nimmt sich die Pille mit. Warte, du brauchst sie, oder? Du brauchst sie, oder? Na ja, klar. Brauchst du sie? Ich hätte sie. Ey, Hilfe! Nee, ich brauche die nicht. I need your help. Ich hänge hier so rum. Warum springst du runter, Alter? Ja, ich hatte kurze Zeit Selbstmordgedanken, aber ich habe es anders überlegt. Ach so. Oh, da unten sind auch welche. Ich glaube, das ist ein Gehfehler oder so. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee. Okay, müssen wir hier lang? Hier lang, ne? Ähm. Der Case? Oh, ja, das sieht gut aus. Äh, was ist das für Dinger? Ach, das ist so... Das ist so... Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Was ist das für Dinger? Ja, schlussendet. Ja, schlussendet. Das ist so. So was hässliches. Du hast vor mir. Gämmrich. Du hast übrigens folgende Errungenschaft freigeschaltet. Spaßbremse. Aber warum? Jetzt sind die Wunsch. Das weiß ich nicht. Ich muss aber es wird schon Grund haben. Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Oh, ja, kommen die Treppen runter. Oh, oh, das ist, oh, oh, nehm ich mir gut. Oh mein, alter, alter, da kommen wir beim Pafi jetzt. Kommt ihr, Kinders? Gaming Dude, kommst du rein? Ja, ja, warte, warte, ich schieße hier noch so. So, da willst du Leuten helfen und da bist du als Spaßbremse bezeichnet. Also das ist nicht sehr nett hier von den Entwicklern, also bei aller Liebe. Lebt der hier? Oh, ich glaube, der lebt. Wer lebt? Okay, jetzt nicht mehr. Er hat mal gelebt. Der hat mich, der hat mich voll verarscht hier, der hat sich totgestillt. Ja, Drecksau, Drecksau. Ja. Willendet. Oh, wir gehen durchs Hintertürschen hier. Defi. Defi, wer nimmt das Ding mit? Ich hab schon einen von den Dingern. Ja gut, dann reichs, wenn einer hat. Fuck, scheiße, ich brenne. Oh, hier ist wieder eine Motorsäge. Ich komme, ich komme, ich komme. Und ein Kartana? Oh, ein Kartana? Jetzt, jetzt gibt es auf die Drölf. Oh, jetzt gibt es Fisk. Oder brennt die nächste Person. Oh, ich glaube, ich brenne. Ja, dann löst euch mal irgendwelche. Und nicht. Und nicht. Und nicht. Und nicht. Und nicht. Oh, nein. Oh, ich glaube, ich. Oh, ich glaube, ich. Herr Kachen, Selbstmord. Ich bin mit dem Motor, sehr geehrte Gaming-Dieter. Alter, was jetzt passiert hier? Scheiß-Modler, bei diesem Jahr genau. Im Raucher-Modus-Turl. Umgehauen. Alter, lass mal außen lang gehen. Passend brauchen hier drin. Ja, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt hier raus. Hier ist frische Luft. Ach, das wäre ein rauchfreies Hotel. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, Tzu-Zer. Meine Scheißverdammte. Ich weiß genau, wo du hier von da unten wieder hinschaust. Ich ziehe dich hoch, alter Freund. Komm. Habe ich einen Minirock an? Nein. Oder Jeans. Ach, na dann. Dann ist ja... Dann brauche ich jetzt keine Angst haben. Das ist noch ein Medikid. Tzu-Zer, hier ist ein Medikid. Ja, dann pack dir das mal. Oh, fuck. Warte, jetzt kommt Katana-Action. Ja, jetzt bin ich hier schon mit meiner Motorsäge fleißig am Schub. Oh. Oh, das geht aber gut ab, das Ding. Du stehst voll in der Säure. Ja, ich sehe es gerade. Alter, ich schließe dir nicht gut. Warte, ich schließe einfach mal. Ich bleibe mal auch mal drinnen da, ne? Mach mal. Jetzt scheppert's. Äh... Kommt her! Au. Warte, ich schließe das Ding kaputt. Ich wurde fett, ich wurde genagelt, steigt das. Ja, ich hab dich gerettet. Ach so. Oh, ich bin ganz auf den Kopfschuss. Ich feile mich erst mal, weil ich bin gleich dauernd. Oh, hier ist eine Desert Eagle übrigens. Eine Desert Eagle, wo? Ich hab nur ne, ne, ne. Das ist hier drin, in diesem Raum. Wollen kann jeder die nehmen, weil ich nur nur Eka-Taner. Ja, das hab ich gerade dahin geworfen. Ach so, okay. Wo sind die hier? Da auf einem... Die liegt da auf diesem, äh, Nachtklästchen. Sehr gut. Weil du kannst die eben nicht, äh, beidhändig. Ne, geht nicht, ne? Ne. Nein, doch nicht, ne. Das ist doof. So. Ab in den Aufzug rein. Okay, na, ist nicht so flink. Die sims, du humpelst ganz schön. Oh, ja, ja, man merkt's, er ist einfach zu fett. Moment. Scheiß Quoten-Nigger hier. Wenn ein bisschen weniger Meck ist, dann geht das Ganze hier auch. Au. Zeig mal, wie du tanzen kannst hier. Oh, Mann. Tanz. Tanz, Schlampe, Tanz. Mit dem Defribilator hier am Tanzen. Oh, sorry. Oh, jetzt geht's los, ja. Defribli-Blablabla. Ja. Defribribli-Blablabla. Defribribli-Blablabla. De-Vibrator. De-Vibrator. Bin ich noch da? Bin ich noch da? Du schwebst, du schwebst über uns. Oh, Mann, Alter. Kein Kommentar. Oh, da liegt eine Maschinenpistole. Oh. Viel Spaß. Sie kommen. Oh, mein Gott. Wir müssen halt so was für die Dinge nicht gehen. Voll in die Menge. Boah, ich seh gar nichts vor lauter Rauch hier unten. Ja, hier geht's total ab, gerade. Aber es läuft immer noch flüssig. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Aber sie von den Legs. Achso. So, kommt hier. So, das war's noch, ne? Ja, ich bin da. Auf geht's. Hier hinein. Okay. Was ist das hier? Keine Orientierung mehr. Ne, ich seh auch nichts. Ne, nur noch Feuer. Ich weiß gerade nicht, was ich hier aufgehoben habe. Das sieht ein bisschen giftig aus. Ja, das ist Boomer-Kotze. Die kannst du irgendwo hinwerfen, dann rennen die ganzen Zombies hin. Hm. Ah, okay. Das ist lecker. Oh, guck mal, hier gibt es noch eine Schrohrflinte, falls jemand möchte. Äh, mein Maschinenpistole, das ist schon creepy geil, ja? Die Maschinenpistole geht schon ziemlich gut ab, hier? Ja, ich habe hier gerade ein Medikit liegen lassen. Bin gleich wieder bei euch. Ja, klar. Klasse Zeit. Ist irgendwas Wichtiger für euch? Ne, war. Ne. Ne, war nicht klar. Zurückgeportet durch einen verfickten... Ach, egal. Kacheln, du humpelst ganz schön. Ja. Oh, ich habe ziemlich... Ja, genau. Alter, diese fette Sau hier, ey. Alter, lass mal einen Frieden. Hält mal einen, Alter. Ich lass mal hier Kacheln hoch, ey. Support, danke. Oh, da liegt so ein... Oder steht so ein Typ. Kacheln kannst auch schießen, wenn du... Oh Gott, jetzt geht es aber los. Boah, ist es schon. Du kannst auch schießen, wenn du auf dem Boden liegst, ne? Ja, das mag ich gerade. Ah, okay, super. Irgendwie komme ich hier. Ah, vielen Dank. Weiß gar nicht mehr, was abgeht. Ach, das ist nett. So, erstmal die Tür schließen. Sehr wichtig. Ah, der Zio ist schon nach vorne. Der Zio ist schon, äh... Sehr sozial von dir. Ich komme gleich wieder zurückgeportet. Keine Ahnung. Ne, gleich wieder. Hier ist übrigens Medi-Packs und so. Oh, geil. Ah, das ist eine sehr gute Sache. Die sind wichtig. Oh. Ah, hier ist wieder Luft, wenigstens. Ja, Gott sei Dank. Endlich sehen wir wieder alles hier. So, Medi-Pack. Oh, Mann. Ausflug. Oh, nachladen. Nachladen ist immer schlecht, wenn die Zombies kommen. Ja. Immer in Bewegung bleiben. Rechtsklick, ab und zu mal hitten und so, ne? Oh, schade. Keine Gelegenheit für meine Rohrbombe. Was war das denn? Liegt hier einer? Ist jetzt einer eingeschlafen? Nee, ich habe hier schon wieder Zeit, hier, verfickte Verbindung, lost, whatever. Du hast Wasser getötet. Hier ist schon mal der erste Schutzraum, Kinders. Ist ein Schutzraum? Ja, dann haben wir es erst mal geschafft. Lass mal weiter. Wir haben jetzt, wenn ich kurz die Information geben darf, fast 13 Minuten aufgenommen. Okay. Okay. Also, perfekt zum... Oh, Gott. Kommt hinter mir irgendwas? Ja. Ich will doch mit mir machen. Ja, da kommt ein bisschen was. Warte, warte. Ich werfe eine Rohrbombe an die Seite. Genau. Bin ich doch nicht hierfür. Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Lass mal rin gehen in den scheiß Raum. Ja, dann kommen wir jetzt mal. Ja, ich versuch's. Komm, einfach gerade durch. Ich komme mir vor wie so ein Kindergärtner, ne? So, Tür zu. So, schließen. Fertig. Das war's. Ach, wir haben es geschafft. Nippie, ihr Schweinebacke. Statistik, Statistik. Oh, Herr Kachen, ist das hoch 10 hier gerade? Mhm. Ey, der hat richtig abgeräumt. Ich habe heimlich trainiert. Ja, das... Okay, aber... Ja, Nachkampfwaffe, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich hatte ja hier meine Motorsäge. Das ging schon richtig gut ab. Ja. Ach, wir haben... Das ist gut aufgeteilt. Das ist wirklich gut aufgeteilt. Gute Arbeit, Jungs. Nein, dich. Danke, gleichfalls. Danke. Okay, okay. Wir haben alle gleich viele von diesen Spezialzombies getötet. Das ist gut. Ja, ich würde sagen, das war's dann für die Folge, oder? Ja, würde ich auch mal sagen, ne? Jo, dann machen wir einen Cut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hau darin. Ja, ich würde sagen, ja. Tschüss. Vielen Dank.